Sie alle träumen von der Goldmedaille, aber vor allem von der Rückkehr des Friedens. Vor den Olympischen Spielen in London trainieren die afghanischen Taekwondo-Kämpfer eifrig, um ihrem Volk ein Lächeln zu schenken. Rohula Nikbar ist für alle ein Vorbild. 2008 gewann er in Peking die erste Goldmedaille in der Geschichte Afghanistans. Als ich gewonnen habe, war ich so glücklich, dass ich im Ring geweint habe. Für das Land ist das unbezahlbar. Mit dieser Medaille kann ich helfen, den Frieden nach Afghanistan zu bringen. Das zeigt, dass sich unser Volk von diesem Krieg und diesen Konflikten entfernen muss. Auch Nazar Bahawi ist im Olympia-Fiber. Bei den Weltmeisterschaften 2007 in Peking gewann er die Silbermedaille, scheiterte aber bei den letzten Olympischen Spielen. Dieses Mal will er es auf das Podium schaffen. Ich habe Taekwondo immer für mein Land und für mein Volk gemacht, nicht um berühmt zu werden, aber vor allem damit die Welt Gutes von Afghanistan hört und um die Menschen glücklich zu machen. Durch den Erfolg der beiden jungen Männer wurde Taekwondo zu einer der beliebtesten Sportarten des Landes. Mittlerweile gibt es rund 25.000 begeisterte Kämpfer, die in 100 Clubs trainieren. Um die afghanischen Trainer zu unterstützen, wurde sogar ein koreanischer Meister eingestellt. Wir bilden für die Olympischen Spiele exzellente Kämpfer aus. Das Logo mit den fünf Ringen symbolisiert, dass die Welt vereint ist. Taekwondo kann der Welt zeigen, dass wir nicht Krieg, sondern Frieden verlangen. Wir wollen mit der restlichen Welt in Einklang leben. Der Druck für die beiden Taekwondo-Talente ist groß, denn sie sind die einzige Medaillenhoffnung ihres Landes. Wenn die NATO Ende 2014 ihre Truppen aus Afghanistan abzieht, steht das Land vor einer ungewissen Zukunft. Dann werden dringend neue Helden benötigt. Abermann aufck'! Bravo! Bravo! Bravo!